Er hat Nachschuss, Chance und der Ball im Tor! Tor für Eintracht Frankfurt! Hustis Flanke ist gut, ist gefährlich und der Ball ist im Tor! Tor für die SGE! Es geht heute um alles. Kämpft für den Verbleib in der ersten Liga, damit wir auch nächstes Jahr die Bayern jagen können. Auf jetzt Männer! Auf jetzt! Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020